Ein zentrales Thema des 21. Jahrhunderts für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft ist die Nachhaltigkeit. Ständig wird uns gesagt, wir sollen uns nachhaltig verhalten. Aber was genau ist eigentlich nachhaltig? Das Wort Nachhaltigkeit stammt ursprünglich vom Verb nachhalten, was wiederum längere Zeit andauern oder bleiben bedeutet. Wenn eine Maßnahme nachhaltig ist, dann wirkt sie entsprechend lange. In diesem Sinne wurde Nachhaltigkeit 1910 in einem Wörterbuch als Übersetzung von Perpetuitas eingetragen, was auf Lateinisch ununterbrochene Fortdauer, Stetigkeit und Zusammenhang bezeichnet, während Ad Perpetuitatem für immer bedeutet. Bereits 1713 bezog Hans Karl von Karlowitz in seinem Werk Silvicultura Ökonomica den Begriff der Nachhaltigkeit auf die Forstwirtschaft. Er beschreibt damit die Idee, höchstens so viele Bäume zu fällen, wie auf natürliche Weise nachwachsen können. Bis heute versteht man unter dem Begriff der Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip, dementsprechend Ressourcen so genutzt werden, dass die ursprüngliche Stabilität und natürliche Regenerationsfähigkeit des Systems, dem sie entnommen werden, enthalten bleiben. Entnimmt man zu viel, so stürzt das System zusammen. Problematisch wird die Umsetzung dieses Handlungsprinzips natürlich bei nicht erneuerbaren Rohstoffen. Während die Bauindustrie Tonnen an Sand verbraucht und der Fahrzeug- und Flugverkehr Unmengen an Treibstoff benötigt, widerspricht jede Verwendung derartiger Rohstoffe, die nicht durch Recyclingvorgänge rückgängig gemacht werden kann, dem Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit. Und bis heute sind für viele Fälle keine praktikablen Alternativen gefunden. Verstärkt wird die Problematik durch weitere weltweite Herausforderungen. So wird der Erhalt unserer natürlichen Ressourcen beispielsweise flankiert durch den Klimawandel, das stetige Wachstum der Weltbevölkerung und die damit verbundene und erschwerte Nahrungs- und Energieversorgung. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist eine nachhaltige Entwicklung nötig. Diese wird laut Brundtland-Bericht der Vereinigten Nationen von 1987 mit dem Titel Our Come Future frei übersetzt als ein Handeln definiert, durch das die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Hieraus resultieren zwei durchaus konfliktäre Nachhaltigkeitsanliegen. Wirtschaftliche Entwicklung auf der einen und Umweltschutz auf der anderen Seite. Heruntergebrochen auf ein Unternehmen bedeutet dies, dass nicht nur Gewinne erzielt werden müssen, sondern gleichzeitig ein ethisch korrektes Verhalten gefordert wird. Historische Erfahrungen zeigen bisher, wie schwierig die oftmals widersprüchlichen Zielsetzungen zu vereinen sind. So implementieren viele Unternehmen eine ausgewogene Corporate Social Responsibility Strategie, die als ganzheitliches Unternehmenskonzept gemäß des Drei-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit sämtliche sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträge eines Unternehmens berücksichtigt. Ob ein Unternehmen ökologisch und sozial verantwortlich wirtschaftet, beeinflusst selbstverständlich auch das Handeln der internen und externen Stakeholder. Ein positiver Effekt von CSA ist beispielsweise die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Darüber hinaus sind die Kunden nachhaltig agierender Unternehmen oft zufriedener und loyaler. Auch zeigen Studien, dass die Beziehung zu Lieferanten aufgrund des positiven Image-Effekts verbessert wird. Für jeden zweiten Investor spielt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle bei der Investitionsentscheidung. Und zu guter Letzt werden vermehrt politische Rahmenbedingungen eingeführt, denen Unternehmen genügen müssen. заключen und unfaj patriotischeffee mit den Änismen sie stimmen. Mit CSA1 柱 zu प confusion Mit CSA2 von von h von Untertitelung des ZDF, 2020